Da war aber nix mehr auf Das Obra ist zu, ach warte mal, ähm, ja Wobei Ich hab hier zwei Knöpfe, ich ging davon aus sie machen bei dir was Ich hab aber nix gesehen Ich hab hier bloß zwei Knöpfe, mehr ist hier nicht Macht hier eine gleich die Treppe? Könnte vielleicht sein Ne, ich glaub die Treppe machst du mir später Oder wir brauchen beide Schön, cool Ich seh nix was der macht Na, zusammen machen wir den da auf Ja, hm Jetzt bräuchte man noch einen Strahl, ne Der war eigentlich gerade vorhin an Ah, okay Du musst nochmal schießen Äh, bringst du den Cube mit? Bisschen schwerer jetzt Hehehehehe Äh, was Cube? Ah! Glaubst du wirklich, du löst ja mit Panikattacken bei mir aus? Nö Nö Ui, ne zertretene Dose, 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 Dose Langsam werd ich müde Müde, du, du, du Müde, du, du, du Ich krieg so langsam Hunger Hunger? Ja Ich bin jetzt gerade echt schwerer Ja? Wenn ich jetzt, will ich jetzt nicht essen denken, wie ich mich schlichte Wieso, was hast denn heute schon alles in dich reingewirkt? Oh, viel zu viel schon wieder Aber du bist sehr leise Viel zu viel schon wieder Wirklich viel zu viel Ja, ich hab heute nur zum Frühstück ein bisschen gekriegt Aufsteigen nicht vergessen Sonst noch nix Okay Das war ein, 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 ein Spiegel Ja, ich kann hier nicht so richtig viel machen Wenn das Ding unten wär, würd ich nen Knopf erreichen, aber da will wohl auch nen Cube drauf Ah, ich bin hier hingekommen Mal schauen, äh, stopp Ja, also, da will auf jeden Fall was hin Ja, also, da will auf jeden Fall was hin Aber ich könnte von hier aus auch unten was schießen Nur, damit ich da hochkomme Ähm Kräme ich denn so vielleicht Ja, da käme ich Also, ich könnte im Zweifel runter, ohne meine Portale zu verlieren Ich glaub einer muss sowieso nochmal runter, weil ich glaube Äh, was machen denn die zwei Ja, der andere ist Ja, der andere ist Das ist der Cube, der da oben Den könnte ich aber fangen, wenn ich oben wäre Ja, dann geh nochmal nach oben, dann Ich muss mir nochmal den Strahl Ich seh grad, wenn man den von unten auslöst, würde er die Linie hier auslösen So, wenn du den Strahl jetzt weg machst, müsste er auf den Schalter fahren Ah, damit bewegt sich hier das Teil gut Aber ohne Laser Cube ist das nicht gut Ähm Das heißt, wir brauchen einen, der sich mal kurz in den Strahl saugen lässt Und danach hier Ich geh aber durch ein Feld, das müsstest du schießen Oder, ja Von hier aus schaff es auch Ja Dann kommen wir nämlich an dem Ding dran So, den Laser Cube müssen wir nach innen bringen Und zwar das machen wir so Ähm Beziehungsweise du bringst mir den Laser Cube gleich mal kurz nach innen Ähm Ne, ich bring ihn dir nach innen Das ist übrigens nicht untergehend Das ist übrigens nicht untergehend Ähm Manchmal sind es echt die einfachen Dinge Manchmal sind es echt die einfachen Dinge Wo ist der Cube eigentlich Der kaputt gegangen ist, hätte doch eigentlich kommen müssen, oder? Je nachdem wie es eingestellt ist So, mal gucken, ob ich jetzt diese schwierige Aufgabe meistern kann So, und jetzt fahre ich eine extra Runde Ja Ja, oder so Bevor du wieder stirbst Oh, ähm Scheiße Hätte ich vielleicht nicht machen sollen Aber ich könnte auch da raus schießen Ähm, wo waren der Empfänger Ich habe doch irgendwo einen Empfänger gesehen Da unten Ja, andersrum schräg wär besser Ähm, stell ihn mal ganz dicht da ran Ähm, die Wechsel, wechsel mal die Portale aus So Dass man es über Kreuz macht, quasi Müsste auch gehen, oder? Ach, ne, scheiße Andere Richtung Das ist einer vom Ziel Das heißt, ich darf keine Portale mehr machen Wo ist andere vom Ziel? Andere vom Ziel ist dieses Wonte Dieses Wonte Dieses Wonte Moment, der Cube ist da drin Den brauchen wir aber auch Wo ist ein zweiter? Das war der da oben Und der fällt Müsste einer oben sein Das heißt, das müsstest du sein Dann Müsstest du danach deine Portale neu schießen Meine Portale Ich überlege gerade, wie ich dich hochkriege Ohne dass du jemals noch ein Portal schießt Oder es verlierst Da oben Geh mal bitte auf die Etage Aber, wie komme ich hier hoch? Weil ich geh doch durchs Feld Oder lande ich auf dem Gitter? Ja Aber das reicht nicht Naja Damit lande ich dann unten Das heißt, wir müssen Portale dann nachher schießen Ja, wie kriegst du das innere Portal nochmal hin? Wenn wir das Feld da oben auskriegen Oder du einen Weg von oben nach unten gemacht hast Dann kriege ich das schon So, dann löse ich mal den Cube aus Nee, das war glaube ich der Oder der andere Ich glaube der andere Äh, Quadrat, das heißt der Nicht Quadrat So, das heißt dann mache ich jetzt da den Laser und du machst mir dann den Weg nach oben So, jetzt muss ich dann auch nochmal hochkommen Äh, du geh mal bitte auf den Aufzug, dann fährt er nämlich runter So, jetzt muss ich dann auch nochmal hochkommen Und dann Und dann Gehen wir am besten beide vom Aufzug runter Sonst geht das Portal wieder kaputt Genau Und warum musste ich jetzt dafür runterfahren? Hättest du es nicht auch so gemacht? Nein, ich wäre sonst nicht hochgekommen Ach doch Ja Ich glaube ich brauche eine Pause Aber da du ja aufhören willst, hören wir dann auf, oder? Naja, ausnahmsweise Ah, wir sind zu weit auseinander Aber das hier geht Na scheiße, das geht auch nicht Hihi, tschüss Okay, dann machen wir Schluss für heute Genau Dann muss ich mal schauen Geh bitte meine Briefkammern Mal schauen Durchsuchen wir mal den Workshop Ob er genau so heißt? Nö, ich finde nichts Achso, äh Nö, ich finde nichts Oh, so Etwas Oh, so